Der Spieleentwickler Red Rake Gaming Hi, hier ist Frenkie von den Casino News. Der Spieleentwickler Red Rake Gaming wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Valencia, Spanien. Obwohl Red Rake Gaming ein mittelständischer Anbieter ist, hat sich die Firma entschlossen, auf globaler Ebene zu agieren. Der Spieleentwickler bietet deshalb seine Spiele in verschiedenen Sprachen an. Die Spiele können die angebotenen Titel von Red Rake Gaming auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch und Japanisch genießen. Schaut ihr hier seine neuesten Slots an. Spieleentwickler хоть Pläne Spieleentwickler nach oben. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es was Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online Gambling gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video.